Herzlich Willkommen auf meinem YouTube-Kanal Bitcoin-Trading.de. In dem heutigen Video analysieren wir den aktuellen Bitcoin-US-Dollar-Chart und wir besprechen die neuesten Bitcoin-News. Also bleibt dran, es wird wie immer sehr informativ. Wir befinden uns auf dem aktuellen Bitcoin-US-Dollar-Tageschart. Wie ihr sehen könnt, der Bitcoin ist in den letzten zwei Tagen weiter abgefallen. Wir sind aktuell bei 58.600 Dollar und ein möglicher Grund dafür ist momentan die große Gier und der große Hype im Markt. Darüber haben wir in dem letzten Video schon besprochen. Ihr seht, das Open Futures Interest ist immer noch auf einem Allzeithoch und wir sehen auch, dass wieder Coins wie Shiba Inu, also diese Hype-Coins, am Pumpen sind. Das ist immer ein Warnzeichen dafür, dass wir uns in einer Überhitzenperiode im Markt befinden und dieser Hype muss einfach aus dem Markt bereinigt werden. Und das ist durch die Korrektur auch schon geschehen, denn wie wir sehen konnten, wurden hier in einer Stunde über 500 Millionen Dollar liquidiert. Aktuell sind es hier schon in den letzten 24 Stunden knapp eine Milliarde Dollar. Also ihr seht hier, der Markt wirkt bereinigt. Die Trader mit zu hohen Hebel werden aus dem Markt gespült, was einfach immer wieder von Zeit zu Zeit passieren muss. Denn wie wir auch in dem letzten Video besprochen haben, wenn wir einfach zu schnell, zu stark ansteigen ohne Korrektur dazwischen, dann haben wir eben zu viel Gier im Markt und das führt zu einer verfrühten Blasenbildung. Dann haben wir einfach eine Bubble und dann kommt eine deutlich größere Korrektur von 50 bis 60%. Deswegen sind diese kleineren Korrekturen auf dem Weg nach oben immer wieder gesund, um jetzt gar nicht zu viel Hype, zu viel Gier in den Markt zu lassen. Ebenfalls haben wir mit dem letzten Video besprochen, dass hier die 60.000 Dollar Zone eine starke Supportzone war, wo eben Wale hier mit erhöhtem Volumen immer wieder Bitcoin im Wert von knapp einer Milliarde Dollar aufgekauft haben. Allerdings haben wir jetzt gesehen, dass hier bis jetzt die 60.000 Dollar nicht gehalten haben. Allerdings ist hier die Tageskerze auch noch nicht geschlossen. Das heißt also, wenn wir hier über den 60.000 Dollar noch schließen können, das wäre positiv. Wenn wir unter den 60.000 Dollar schließen, auch hier unter der 21.000 EMA Daily. Ihr seht hier, in der Vergangenheit hat die immer wieder als Support gedient. Aber wenn die so brischt, spricht dies eben für eine größere Korrektur. Und wenn wir dann eben gleichzeitig jetzt unter der 21.000 EMA, unter der 60.000 Dollar Zone schließen mit der Tageskerze, wäre das ein erstes Schwächernzeichen und spricht dafür, dass wir hier nochmal mit einer größeren Korrektur rechnen müssen in Richtung 55.000 Dollar und im schlimmsten Fall sogar Richtung 50.000 Dollar. Das haben wir ja auch in dem letzten Video besprochen. Da haben wir gesagt, selbst wenn wir hier runterkommen bis auf 50.000 Dollar, ist das immer noch ein höheres Tief. In unserem Aufwärtschannel noch kein Grund zur Sorge. Das können wir uns hier nochmal anschauen. Wir verbinden hier nochmal die Tiefs miteinander und auch die Tops miteinander. Und da seht ihr, selbst wenn wir dann jetzt runterkommen auf den unteren Channel hier auf ca. 50.000 Dollar, ist das hier immer noch ein höheres Tief. Und wir haben noch die Möglichkeit davon, hier die nächste Aufwärtsbewegung zu sehen, nachdem eben die ganzen Hype-Trader mit zu hohen Hebeln aus dem Markt gespült wurden. Prenzlig würde es erst werden, wenn wir unter 50.000 Dollar fallen. Das wäre meiner Meinung nach ein deutliches Schwächernzeichen. Aber damit rechne ich zu dem jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Denn wenn wir uns hier auch die aktuelle Korrektur anschauen, hier würden jetzt auch Bären das Argument machen, wir haben hier oben ein Hoch, darunter ein tieferes Hoch. Wir sind jetzt wieder in einem Abwärtstrend und jetzt kommt hier die apokalyptische Korrektur runter nochmal auf 15.000 Dollar. Aber man kann das Ganze auch etwas anders sehen, denn wenn wir hier einmal die Tops miteinander verbinden und dann auch hier unten drunter noch die Tiefs miteinander verbinden, kann man auch sagen, dass wir hier zurzeit ein Falling-Redge formen, genauso wie das wir am Anfang gesehen haben. Ihr seht, hier hatten wir ja auch starken Breakout. Hier hatten wir das Falling-Redge, was wir ja selbst auch getradet haben. Hatten hier nochmal ein Breakout. Jetzt haben wir nochmal ein Falling-Redge. Vielleicht runter bis zu dem unteren Rand, bis auf die 50.000 Dollar. Haben hier dann das höhere Tief. Von hier folgt dann der Breakout auf ein neues Allzeithoch. Auch das ist meiner Meinung nach zu dem jetzigen Zeitpunkt das wahrscheinlichere Szenario. Jetzt im Film ist auf dem Bitcoin-US-Dollar-Wochen-Chart und hier sehen wir auch, dass wir mit der aktuellen Wochenkerze unter die 60.000 Dollar-Grenze gefallen sind. Allerdings schließt diese Wochenkerze erst am 1. November. Bis dahin haben wir noch Zeit, über den 60.000 Dollar zu schließen. Sollten wir dann allerdings unter den 60.000 Dollar mit dieser Kerze schließen, muss man ganz klar sagen, ist das schon ein erstes Schwächeanzeichen, aber auch noch kein Grund zur Sorge. Denn ihr seht, der nächste Support wäre dann ungefähr hier bei 52.000 Dollar und das wäre dann ein Retest auf unseren Abwärtstrend. Ihr seht, der Abwärtstrend war hier über mehrere Monate immer wieder Resistence und wir hatten auf diesen Abwärtstrend noch keinen Retest. Das heißt, selbst wenn wir dann am 1. November unter 60.000 Dollar mit dieser Wochenkerze schließen sollten, rechnen ich damit, dass wir dann hier runterkommen könnten auf ca. 50.000 Dollar, den Abwärtstrend als Support bestätigen und von hier aus dann die nächste Aufwärtsbewegung sehen. Denn ihr seht auch hier, bei 50.000 Dollar momentan befindet sich die 21. EMA Weekly und dass wir in einem Aufwärtstrend die 21. EMA Weekly retesten und als Support bestätigen. Es ist absolut normal, in einem Aufwärtstrend von Zeit zu Zeit die 21. EMA immer wieder zu retesten. Das sieht man beispielsweise auch sehr gut in den Bulbern 2017. Hier hatten wir auch regelmäßige Retests auf die 21. EMA Weekly. Das heißt also, solange wir auf dem Wochenchart hier den Abwärtstrend halten können und die 21. EMA Weekly, gibt es meiner Meinung nach keinen Grund hier mit einem größeren Crash nochmal zu rechnen. Schauen wir als Ergänzung zur klassischen Chartanalyse noch kurz darauf, was der Lux-Algo-Indikator sagt. Wir befinden uns auf dem 1-Stunden-Bitcoin-US-Follarschart und Lux-Algo ist eingestellt mit einer Sensitivität von 23. Das seht ihr hier unten immer. Hier ist immer die optimale Sensitivität vorgeschlagen. Ihr seht auch, Lux-Algo hat hier bei ca. 63.000 Dollar am 26. Oktober ein Verkaufssignal gegeben. Ihr seht auch, der Trend Tracer ist auf rot gewechselt. Seitdem sind wir jetzt hier ungefähr 7,6% in der Spitze abgefallen. Und ihr seht auch, wir haben hier unten ein orangenes X. Das heißt also, jetzt würde es hier Sinn machen, Teilprofite zu realisieren. Wer hier short gegangen ist, auf dem 4-Stunden-Chart haben wir auch ein ähnliches Bild. Auch hier könnt ihr sehen, wir hatten seit ungefähr 43.000 Dollar ein Aufwärtssignal. Hier der Trend Tracer war auch grün. Allerdings seht ihr jetzt auch hier ungefähr bei 63.900 Dollar hatten wir ein Verkaufssignal. Die Kerzen sind auf rot gewechselt. Der Trend Tracer ist jetzt hier auch rot. Wir sind auch hier seit dem Signal ungefähr um 8% abgefallen. Das heißt also, kurzfristig sagt der Lux-Algo-Indikator hier eine Konsolidierung bzw. Korrektur vorher. Aber ihr seht, auf den höheren Zeiteinheiten ist hier das Bild noch unverändert. Wir haben hier nach wie vor seit 48.000 Dollar ein Long-Signal. Die Kerzen sind grün. Der Trend Tracer ist grün. Das heißt, wir befinden uns übergeordnet immer noch in einem Aufwärtstrend. Aber ihr seht auch hier oben das blaue X. Hier hat also auch bei 65.000 Dollar Lux-Algo gesagt, wer hier Long gegangen ist, bei ca. 40.000 Dollar, sollte hier oben Teilprofite vor der Korrektur realisieren. Ebenfalls sind wir auch auf dem Wochenchart. Hier muss ich die Sensitivität kurz anpassen auf 10. Hier seht ihr auch, dass wir hier immer noch ein Long-Signal haben. Auch ungefähr seit 40.000 Dollar. Der Trend Tracer ist nach wie vor noch grün. Das bedeutet also auch, Lux-Algo sagt jetzt hier wirklich auf Wochenbasis für die nächsten Wochen und Monate vorher, dass es zum jetzigen Zeitpunkt wahrscheinlicher ist, dass wir hier das zweite Peak sehen, als nochmal eine übergeordnete Korrektur. Kommen wir jetzt in die Bitcoin News. Und hier haben wir sehr interessante Bitcoin News, die wir dem CoinShares Weekly Report entnehmen können. Denn institutionelle Investoren haben hier mit einer Rekordsumme im Wert von 1,5 Milliarden Dollar vergangene Woche Bitcoin nachgekauft. Insgesamt haben diese Institutionen jetzt schon für das gesamte Jahr Bitcoin im Wert von 8 Milliarden Dollar gekauft. Also ihr seht, allein vergangene Woche haben sie hier ungefähr 20% der Jahressumme hier nachgekauft. Und das zeigt uns wirklich an, dass hier die institutionellen Investoren noch bullisch sind. Ihr seht hier auch die massiven Inflows. Ihr seht hier zuvor die letzten Wochen, wie hier die Inflows waren. Ihr seht, das waren hier meistens nur 100, 200, vielleicht mal 300 Millionen. Und jetzt diese vergangene Woche 1,5 Milliarden Dollar. Und das, wo hier der Bitcoin ungefähr in der 60.000 Dollar Zone war. Und das spricht ja auch dafür, dass die Institutionen mit einem steigenden Bitcoin-Preis rechnen und nicht damit rechnen, dass es hier der Bitcoin nochmal extrem nach unten abfällt. Sonst würde es ja keinen Sinn machen, mit solch einer Rekordsumme zu dem jetzigen Zeitpunkt hier Bitcoin nachzukaufen. Und wir sehen auch 99% der Inflows gingen in Bitcoin. Also wir sehen nach wie vor, die institutionellen Investoren haben sich wieder fokussiert auf Bitcoin. Und das spricht ja auch dafür, dass wir eben jetzt erst eine Bitcoin-Season sehen und dann erst die Altcoins im großen Stil nachziehen sehen werden. Das war es schon wieder mit dem heutigen Video. Wenn dir dieses Video gefallen hat und ich dir in diesem Video ein Mehrwert bieten konnte, würde ich mich extrem freuen, wenn du mich jetzt kostenlos unterstützt und meinem Kanal ein kostenloses Abo da lässt. Und die Glocke aktivierst und auf alle stellst, sodass du immer eine Benachrichtigung erhältst, wenn ich auf meinem Kanal ein neues Video uploade. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit.